Mir wird eher gesagt, ob ich denn jetzt nicht das korrigieren möchte. Und dass es mir erst später bewusst geworden ist, dass Deutsch mehr als erst nur Rechtschreibung. Diese Regel kann man heute kaum mehr durchsetzen, denn dann würde keine einzige Arbeit bei mir bestehen. Ich wüsste nicht, ob ich sie zum Lesen empfehlen soll. Oh Gott, nächste Frage. Ich bin Lisa-Marie Richter. Ich arbeite hier im Bereich ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur. Da bin ich Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich bin Bernhard Stricker. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Medienwissenschaft und neuere deutsche Literaturwissenschaft hier am Institut für Germanistik. Mein Name ist Sophia Seemann. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Mein Name ist Alexander Laschi. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und setze mich im Wesentlichen mit Fragen der Grammatik und der Geschichte des Deutschen aus. Ich bin Kai Malcher und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur. Mein Name ist Veronika Saalbach. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Linguistik und ich schreibe mir eine Doktorarbeit in dem Bereich. Wusstest du nicht, was du studieren sollst oder warum bist du Germanist geworden? Ich habe im Bachelor Germanistik und Skandinavistik studiert, aber Germanistik hat mir immer ein bisschen mehr gefallen. Also ich wusste schon sehr früh, was ich studieren möchte. Ich habe Lehramt Deutsch studiert ursprünglich und bin darüber zur Germanistik gekommen. Ich habe das als ein zweites Studium angefangen und bei mir muss man wirklich sagen, ich habe das bewusst gemacht, ich wollte genau das haben. Zunächst einmal habe ich Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, auf Gymnasallehramt. Also es war nun meine Absicht, Professor an der Universität zu werden. Ich wollte gerne meine Lieblingsfächer Deutsch und Kunst weiterverfolgen, deswegen habe ich beide auf Lehramt an der TU Dresden studiert. Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht Germanistik studiert, sondern Komparatistik. Das ist die Bezeichnung für die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Und dann bin ich aber eben in der beruflichen Laufbahn, in der Germanistik gelandet. Dir fällt jeder Rechtschreibfehler auf, oder? Ja, bei anderen Personen bestimmt. Bei einem selbst ist man manchmal fehlerblind. Dadurch, dass ich sehr viel mit Sprache mich beschäftige, schaue ich mir Sprachen natürlich sehr genau an und dann fallen natürlich auch die Rechtschreibfehler auf. Die sind aber gar nicht schlimm und ganz menschlich und ich sehe die nicht als etwas Störendes, sondern eher als etwas Interessantes. Ich bin da nicht besonders begabt, ich musste mir das aneignen. Ich bin leider ein bisschen schusselig, was die Rechtschreibung angeht. Das war ich auch schon immer schon als Schülerin und das ist mir erst später bewusst geworden, also erst in der Abiturphase, dass Deutsch mehr ist als nur Rechtschreibung. Ja, bin ich ein sehr pingeliger, kleinkarierter Leser und tatsächlich halte ich auch dafür, dass Rechtschreibung einen gewissen Stellenwert in Arbeiten gerade von Germanistikstudierenden haben sollte. Es gab mal eine Art Faustregel bei uns, dass eine Arbeit mit mehr als drei Rechtschreibung- und Grammatikfehlern und so pro Seite durchfällt. Und diese Regel kann man heute kaum mehr durchsetzen, denn dann würde keine einzige Arbeit bei mir bestehen, wenn ich die Regel anwenden würde. Ich muss selbst ab und an nachschauen, tatsächlich, wie ein Wort geschrieben wird. Und die Große und Kleinschreibung ist auch nicht immer so einfach, wie man es denkt. Korrigierst du immer die Aussprache und Grammatik deiner FreundInnen? Definitiv überhaupt nicht. Ich finde das blöd. Das verunsichert mich ja auch persönlich, wenn jemand mich ständig korrigieren würde. Mir wird eher gesagt, ob ich denn jetzt nicht das korrigieren möchte, wenn jetzt irgendjemand was falsch ausspricht. Es gab mal so eine Phase, da habe ich das gemacht, aber mittlerweile mache ich es nicht mehr und fahre sehr, sehr gut damit. Nicht von Freunden und Freunden, aber von den Kindern. Da muss öfter mal nachgeholfen werden. Nein, sicher nicht. Er tappt. Manchmal. Wie viele Bücher liest du pro Monat? Das kann ich ganz schwer schätzen. Das ist natürlich insofern eine schwierige Frage, als dass Bücher von einem sehr unterschiedlichen Umfang haben. Ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen 20. Da ich Sprachwissenschaftlerin bin, gar nicht so viele. Ich lese eher Artikel und Paper. Ich lese natürlich viel Fachliteratur und ich lese mich in viele Dinge auch mal nur ein. Zwei, drei, das hängt jetzt davon ab. Ich muss natürlich auch Sachen für die Lehre lesen und ich lese selbst noch gerne Sachen, die mit meinem Eigentlichfach nichts zu tun haben. Hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches? Ich komme immer wieder zurück auf Italien in vollen Zügen. Erstens zunächst, weil ich gerne mit dem Zug fahre und zweitens, weil das Zugfahren in Italien so absurd ist. Wenn ich mich an mein bisheriges Leben zurückerinnere, gab es sehr viele Bücher, die mich eine bestimmte Phase meines Lebens begleitet haben. Das waren die Söhne der großen Bären. Das war aber auch das Buch der Unruhe. Ja, ich habe einen Lieblingsautor, das ist Christoph Hain. Wenn ich mir eins von ihm raussuchen müsste, dann wäre das wahrscheinlich in seiner frühen Kindheit ein Garten. Vielleicht Flanno O'Brien, der dritte Polizist. Ein Buch, zu dem ich immer wieder zurückkehre, auch weil es lang genug ist, dass man immer wieder Neues daran entdecken kann, ist sicherlich Prusts. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, à la recherche du temps perdu. Oh Gott, nächste Frage. Hast du schon ein eigenes Buch geschrieben? Ja, wenn die Staatsexamenarbeit dazu zählt, ja. Die ist auf jeden Fall ein sehr großes Buch, aber ein Roman oder ähnliches nicht. Hier ist es so, dass du, wenn du eine Dissertation schreibst in der Germanistik, dann wird die veröffentlicht und in der Regel ist diese Veröffentlichung dann ein Buch. Ein festes Buch. Das kannst du bei Amazon kaufen. Also ja. Also zunächst erstmal die ganzen Qualifikationsschriften, also meine Promotionsschrift und meine Habilitationsschrift. Die Habilischrift ging um ein Thema der Kerngrammatik. Ich wüsste nicht, ob ich sie zum Lesen empfehlen soll. Ist natürlich sehr, sehr gut, aber sehr speziell. Sind Germanistik und Literaturwissenschaften eigentlich ein und dasselbe? Äh, nein. Wenn man in der Öffentlichkeit von Germanistik hört, denkt man immer zuerst an das literaturwissenschaftliche Studium oder allgemein daran, dass man Bücher liest. Zumindest hier bei uns an der TU Dresden ist es so, dass Germanistik der übergeordnete Begriff ist für sowohl Literatur als auch Sprachwissenschaft. Beide Fachbereiche sind wiederum untergliedert. Die Sprachwissenschaft, die eher historische Sprachwissenschaft und bei uns am Institut jetzt hier die angewandte Linguistik, so wie Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweinsprache. Und die Literaturwissenschaft wiederum ist der Oberbegriff für zwei Fachbereiche, nämlich die ältere deutsche Literaturwissenschaft oder Mediavistik und die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Das heißt, wenn man Sprachwissenschaftlerin ist, ist man auch Germanistin, aber nicht unbedingt Literaturwissenschaftlerin. Kannst du dich eigentlich auf Althochdeutsch unterhalten? Nein, überhaupt nicht. Ich gehörte das Sägen. Mehr kann ich auf Anhieb nicht sagen. Sollte ich können vielleicht nach meinem Studium, kann ich aber nicht, nein. Ich unterrichte Althochdeutsch im Einführungskurs, aber auch da bleibe ich an der Textvorlage aus dem Stickreif irgendetwas sprechen, kann ich auch nicht, nein. Wenn man nicht Wissenschaftlerin wird, kann man mit Germanistik nur Lehrkraft werden, oder? Das glaube ich nicht. Also als Germanistin kann man tatsächlich in jedem Bereich arbeiten, der sensibel ist und Sensibilität braucht für Kommunikation. Im Prinzip ist das Ziel, diskursfähige Individuen auszubilden. Und das bedeutet so, dass sie im Prinzip die Kultur als Text lesen können sollen und das wieder einspeisen. Gerade im Lektoratswesen, wie Palagen und so weiter, im journalistischen Bereich kann man mit Germanistik viel machen. Die allerwenigsten werden sicherlich am Beginn ihres Studiums denken, ich werde Wissenschaftler, ich werde Germanist. Woran forscht man in der Germanistik eigentlich? Woran forschst du? Woran man in der Germanistik forscht, lässt sich glaube ich nicht in ein, zwei Sätzen benennen. Ich zum Beispiel beschäftige mich aktuell mit dem Diskurs, wie Schulgründungen oder Transferprozesse im schulischen Bereich kommuniziert werden. Ich habe ein Faible für Tempus und Temporalität, also die Form, wie wir mit Sprache zeitliche Vorstellungen kodieren. Geschichte, das ist ja etwas, das ist einmal passiert, das steht fest und wenn man einmal weiß, wie es sich damit verhält, ist das doch abgefrühstückt oder nicht. Das ist sozusagen so ein naiver Blick auf Geschichte, der natürlich vollkommen falsch ist, weil Geschichte immer wieder neu durchdacht werden muss, reflektiert werden muss, aktualisiert werden muss. Und damit entwickeln wir ein immer neues Verständnis unserer Gegenwartskultur. Es kann natürlich so sprachwissenschaftliche Fragestellungen spielen, eine Rolle, also wie sich die Wortgeschichte zum Beispiel entwickelt. Oder sich mit dem Gendern beschäftigt oder mit Kriegssprache, also das Feld ist unheimlich groß. Jetzt haben wir nur noch eine Schnellfragerunde. Team Schiller oder Team Goethe? Goethe. Schiller. Schiller. Team Goethe. Team Walter von der Vogelweide. Schiller. Der, die oder das Nutella? Es geht alles. Aber ich persönlich mag... Die Nutella. Das Nutella. Das Nutella. Die Nutella. Die Nutella. Das Nutella. Bücher aus Papier oder E-Books? Papier. 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 Bücher aus Papier. Papier, definitiv. Das kommt drauf an. Zum Arbeiten benutze ich sehr, sehr gerne E-Books oder PDFs und zum Genuss gerne auch Papier. Wie viele Bücher hast du zu Hause? 200, schätze ich. 450, 500 Bücher. Zu viele. Der Boden hält es noch aus. 300, vielleicht sind es auch 700. Sehr viel. Ich sammle Bücher. 4.000. Harry Potter oder Twilight? Harry Potter, aber eigentlich keins von beiden. Weder noch. Harry Potter. Generation Harry Potter. Harry Potter. Wollte ich mal Harry Potter? Wollte ich mal Twilight tatsächlich? Und das war's mit dieser Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht genug habt, dann findet ihr hier oben in der Endcard die letzte Folge der Sitzgelegenheit mit Studierenden der Wirtschaftswissenschaften und darunter einen Vlog mit Jamie, die an der TU Dresden unter anderem Germanistik studiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gerne wieder. Tschüss.